hier haben wir diesmal von hot wheels fast and furious fast and furious was steht da? hw screentime 70er dodge charger mach ich den einfach mal auf, zack, vorher in dieser verpackung vergammelt, oh gott was haben sie denn da mitgemacht? sieht ja mal nice aus, hier hinten sind zwei ersatzreifen drauf aha, 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 ach so, ach der ist das, ok, begriffen ja auf jeden fall sieht das modell so aus, ich hoffe man kann es ganz gut erkennen wenn nicht wäre es natürlich scheiße sollte ich den im internet finden werde ich den euch auf jeden fall verlinken, ist klar ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag, bis denn dann, ciao